Ja, dann haben wir jetzt im ersten Teil haben wir uns mit dem Geheimnis der Table 1 beschäftigt, also wie wir eigentlich in R ziemlich schnell ohne ewiges Copy und Paste eine univariate Tabelle zusammenkriegen. Und ich gebe jetzt einfach meinen ganzen Bildschirm mal frei, weil es mir einfach auf den Nerven geht. Und das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, was ist eigentlich der heilige Gral und haben gelernt, wie man das Ganze einfach umgeht und diese schönen Tabellen baut. So, jetzt und jetzt im zweiten Teil wollen wir uns jetzt mit einer spannenden Frage beschäftigen und zwar wollen wir uns Modelle in der Regression, Multiple Gaussian Linear Regression und Multiple Logistics Linear Regression machen. So, und da finden Sie ja in Video 00 finden Sie ja einen Link zu einem Buch, Are You Ready for R? Und wir wollen aber jetzt uns erstmal nochmal in Emacs das ganz regulär anschauen und uns die Frage stellen, wie ist das eigentlich aufgebaut? So, das hier mal alles runterschieben. Und zwar wollen wir uns erstmal anfangen mit einer ganz normalen Gaussian Linear Regression. Und zwar wollen wir das Ganze natürlich irgendwie noch, das ist unser großes Überbau. So, und ihr habt da mal was mitgebraucht und zwar die Datei EasyFit, die finden Sie auch auf dem Blackboard und auch auf dem GitHub. Link sollte ich jetzt eigentlich drunter packen, sonst schreiben Sie jetzt noch meine Kommentare dann später rein, wenn ich das vergesse, weil den Datensatz habe ich selber gemacht. Das heißt, ich kann den auch rausgeben. Genau, das ist der Datensatz hier und den ist der Datensatz der letzten Klausur. Dieses Mal kriegen Sie natürlich einen anderen, aber der reimt sich so. Und wir haben hier Weight, Weight Cut, Weight Bin, Age, Gender, Sport, EasyFit ist die Behandlung, Time Taken, Stopped Due Incidents, Calories, City, Blood Pressure, Height und Kreatinie. Wie mir die Mediziner, die diese Prüfung letztes Mal mitgemacht haben, alle haben Nierenschaden, weil die einen Kreatinienwert von 10 haben. Ich glaube, normal ist 2. Aber das passiert, wenn man Daten selber generiert. Also unsere Patienten haben alle Nierenschaden. Was, ja gut, noch andere Fragen sind. So, das heißt, wir lesen die mal ein. Das heißt, EasyFit, Tibble ist Read, CSV. Wir nehmen das Paket, in Tiny Words ist ja das Paket ReadAir auch drin. Und darin ist auch zum Beispiel die Funktion, wenn wir jetzt sagen würden, readSPSS-Dateien, dann readSav geht auch. Aber man kann natürlich auch auf SPSS auch einfach was anderes, CSV- oder Excel-Dateien machen. Excel ist mit readXL und dann die Funktion read-excel. So, hier lesen wir jetzt easyfit.csv ein. Ich muss mal kurz Gandalf machen, sonst springt er mir immer so weit runter. Und deshalb brauche ich mal kurz Gandalf, der mich da mal kurz aufhält. So, das heißt, eingelesen, easyfit, natürlich schon gleich wieder vertippt, grauenhaft heute. So, das ist unser Datensatz. Und wir wollen jetzt eine, also Univariate, könnten wir das ja rechnen. Oh, boah. Mal erst mal Univariate. Und was, was wollen wir da machen? Also, wir müssen immer erst mal unser Outcome finden. Äh, wait. Wir wollen ja eine Gaussian Linear Regression machen, also machen wir wait. Also, y ist wait. Und x ist der Rest. Hier schön den Englisch. Heute mache ich den Englisch. Heute geht es nicht nur den statistischen Engeln an Kragen, sondern auch noch dem Engel der englischen, deutschen Sprache. Dafür trinke ich hier Earl Grey. Ohne Milch. Manchmal mit Milch, heute ohne. Falls man gefragt. Ja. So, das heißt, wir berechnen also ein simple, also, ja, jetzt ist ja die Frage, ha, ha, ha. OLS, also Ordinär Least Squares, also, oder aber GLM. Also, man könnte jetzt, also, deshalb nur mal ganz kurz in diesem Are You Ready For Our Book steht ja OLS. Das ist natürlich, ne, ich muss ja immer alles, ne, ganz wichtig. Das Gleiche, äh, immer verschieden benennen, damit, äh, man auch so ein bisschen was von so einer, ähm, religiösen, sektenartigen Gemeinschaft hat, ne. Nur wir verstehen das. Wir benennen einfach alles immer unterschiedlich und am Ende weiß keiner mehr, was wer macht. Ähm, das wäre dann auch, ähm, LM, weil Ordinary Least Squares, ah, Squares, Squares, Squares. Das heißt, sie verringern ihre Quadrate, erinnern Sie sich? Und, ähm, das ist die kleinste Quadratemethode und das ist OLS und es gibt natürlich auch GLM, also Generalized Linear Models. Und das nutzen wir natürlich auch immer für, äh, logistische Regressionen, ähm, aber die, äh, eigentliche Idee, also die Verallgemeinerung, was dieses General macht, können wir natürlich auch für eine Gorschen Linear Regression machen. Und damit man sozusagen das alte Verfahren, OLS, von, ähm, von dem GLM-Verfahren, was einfach nur ein, äh, ja wirklich ein anderes Verfahren ist, unterscheiden kann, nennt man das hier nur Ordinary Least Squares und das wäre die LM-Funktion in R. Und das wäre natürlich jetzt zum Beispiel LM, White, äh, Weight, also das Gewicht, hängt ab von Age und das, äh, Data ist Easy Fit, Tibble, ab dafür. Und dann kommt das da raus und, äh, natürlich kann man das auch machen mit GLM und das wäre dann, äh, Generalized Linear Models. Ich weiß gar nicht, was da die Abkürzung ist. Sehen Sie, ich weiß auch nicht alles. So, machen wir GLM und Achtung, wir, ne, wie der Teufel das Weihwasser, ne, scheuen wir das nicht, wir lieben es. Wir, wir stehen auf die Familie und wir wollen natürlich, wir geben das immer an. Und das ist Gorschen und, ne, weil es ja normal verteilt ist. Ach, ich liebe das. Immer anders. Ich mach's gern, weil's ein String ist, gerne so. Und dann sehen Sie die Schätzer, 96 für den Intercept, 96 für den Intercept, ne, erinnert sich, Beta 0, Y-Achsenabschnitt. Gucken Sie sonst nochmal das Video in 1. Ähm, Age ist Beta in 1, ne, der Effektschätzer für Beta 1 ist identisch. Sie kriegen hier nur mehr Informationen, ähm, hier kriegen Sie weniger, ne, gut, nochmal zurück. Ne, also das heißt, was wir jetzt haben, ist nichts anderes als Weight, Age, irgendwelche lustigen Punkte. Und wir haben geschätzt, Weight, Tilde, Age, ne, das heißt, wir wollten da so eine schöne, wir haben eine Gerade durchgelegt, indem wir die Abstände minimiert haben, die Varianz minimiert haben. Das ist im Prinzip der Mittelwert, ne, das ist Beta 0, das ist Beta 1, ne, die Steigung. Da können wir auch schreiben, Weight hängt ab von Beta 0 plus Beta 1 mal H plus Epsilon. Genau, erinnern Sie sich, Epsilon sind die Residuen, also hier der Rest, den wir nicht erklären können. Gehe jetzt hier sehr schnell rüber, Video, wie schon gesagt, in Statistik 1, wenn Ihnen das jetzt hier gerade nicht ganz so geheuer ist. Das Epsilon Residuen. Und das heißt dann, ein bisschen anders, also im GLM ist das hier dann Deviance, also weil es ein bisschen anders gerechnet wird, weil es auf einem Linkscale läuft und nicht auf einer Responsescale. Wenn Ihnen die Worte Responsescale und Linkscale auch nichts sagen, bitte immer noch auf Statistik 1 gucken. Das heißt so, das ist die grundlegende Idee und Sie sehen deshalb Univariate, Sie haben Beta 0, Sie haben Beta 1, Beta 0 ist immer geschätzt, ist der Intercept und Age ist 1. Deshalb erinnern Sie sich von vorhin, Video ganz am Anfang mit den warmen Worten, wir sind Univariate, Weight hängt ab von Age. Und wir wollen jetzt einen Schritt weitermachen, wir wollen jetzt noch eine andere Variable dazunehmen. Und ja, das heißt, wir bleiben mal in den Ordinary Leaf Squares drin. Wie schon gesagt, das ist nur eine andere Geschmacksrichtung. Und, ach ja, nee, jetzt machen wir ja mal Univariate. Theoretisch können wir das ja jetzt Univariate machen, das heißt, wir könnten das doch jetzt machen für jede. Also, wir können doch hier auch, das heißt, wir machen das auch für Gender und wir machen das immer, 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 immer weiter runter. Das könnte man jetzt machen und das für jeden hier berechnen, immer weiter und weiter. Aber da sind wir ein bisschen faul. Wir können auch zum Beispiel eine Funktion nehmen. Und zwar, ich liebe Plyer, also LL Ply, Liste rein, Liste raus. Das ist immer, wenn man erstmal ein bisschen blind ist und nicht genau weiß, was man tut, immer besser. Und dann packen wir das auch nochmal in ein Objekt, das nennen wir Foo. Wenn wir nämlich noch nicht genau wissen, wie wir eine Variable benennen sollen, nennen wir sie Foo oder Bar. Und das rettet uns erstmal, weil dann, wenn wir jetzt irgendeinen Fehler machen und wir zum Beispiel genetische Daten analysieren würden und wir lassen einfach eine Funktion laufen, dann kotzt die uns das Ganze, den ganzen Konsole voll und wir kriegen die nie wieder zum Anhalten. Und wenn die in Foo rein schaufelt, dann kriegen wir das noch irgendwie unter Kontrolle. So, was wollen wir dann machen? Naja, wir wollen nochmal Deput Names von EasyFit haben, weil wir brauchen mal kurz alle Namen. Das sind sie und jetzt hätte ich gerne ein Subset und zwar, weil ich möchte nicht, also ich möchte da noch ein Subset von bilden und zwar, wait und negate gleich true. Okay, das ist aus. Und dann, wahrscheinlich muss ich das erstmal in ein, achso, so, nee, andersrum. Erst möchte ich die Namen haben, dann nutze ich mir, nutze ich einen regulären Ausdruck, eine reguläre Expression und sage, suche mir die, suche mir die raus, die wait beinhalten, wait, wait, wait. Und, naja, das möchte ich nicht, die möchte ich raus haben, weil das sind ja meine Ys, also der wait, cut, wait, bin hat ja alles miteinander zu tun. Das heißt, dann hier nochmal negate gleich true, also ich drehe es um. Also ich möchte nicht die haben, die wait beinhalten, sondern die, die nicht wait beinhalten. Und dann hätte ich das Ganze nochmal gerne als Deput, weil ich hätte das gerne nochmal als Ausdruck, so, damit man das nochmal sieht. Oder aber, bräuchte ich gar nicht, könnte ich mir ja auch direkt in einen Vektor schieben und nenne das RiskVector von RiskVariablen. Ab dafür. Hier ist er. Und über die rödel ich jetzt drüber. Das heißt, ich nehme Risk weg, stecke die in LApply, mache Function X. So. Was passiert jetzt? Gucken wir uns das mal an. Print X. Das heißt, was... Ja. Dann schmeißt er einfach in Foo, in der Liste, diese Variablen. Ich müsste da nicht mal Print drumherum drücken. Könnte es eigentlich auch sauberer, weil es eine Funktion ist, einen Return machen. Dann sagt er natürlich nichts. Und ich gucke mir Foo an. Ja. Da sind einfach nur die Variablen drin. Das heißt, ich nehme einen RiskVector, schiebe den da rein. Und jetzt will ich eigentlich für jeden dieser RiskVektoren eine lineare Regression rechnen. Okidoki. Dann wollen wir mal. Da gibt es die Funktion Reformulate. Ist eine fantastische Funktion. Da gibt es einmal Term Labels. Das ist immer schwierig zu sagen, was es ist. Aber wenn man das andere kennt, dann weiß man das. Response ist die Antwort. Response. Ach so. Response bei uns hier ist Right. Das schreiben wir da hart rein. Und die Term Labels sind X. Jetzt kann man natürlich, das war natürlich das Problem, wenn man das jetzt hier so ausführt, dann ist dann Error and Reformulate Unjust Argument X. Deshalb müssen wir das immer so ein bisschen debuggen. Muss man mal das mal reinschreiben. Also RiskVekt X ist RiskVekt 1. X ist 1, also H. Also gucken wir uns das mal fürs Erste an. What? Oh, will das nicht. Ach so. Tippen ist was für Anfänger. So. Und da kriegen sie eine Formel raus. Und Wait H. Das heißt, das ist unsere äh, 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 ähm, unsere Formular. Nennen Sie das bitte Formular Weck, weil Formular selber ist eine Funktion. Ne? Überschreiben Sie bitte keine Funktion. Nicht, nicht, nicht. Und dann können Sie folgendes machen. Lm. Formular Weck. Komma, Data gleich. Gott. Schön. Mein Gehirn ist gerade aufgehängt. Easy Fit. Dann nennen wir das Ganze natürlich noch Lm Fit. Und dann machen wir Lm Fit als Return. Ab dafür. Wenn Sie jetzt natürlich noch awesome sein wollen, können Sie natürlich noch Punkt Progress gleich Text machen. Dann gibt es hier so noch so eine Texting. So. Aha. Oh, cool. Das heißt, wir haben jetzt hier alle unsere LMs gerechnet und die in die Liste gepackt. Ja, voll, äh, naja, das ist ja nicht so schön jetzt, weil, äh, ist ja ein bisschen hässlich. Gibt es das nicht schöner? Natürlich geht das schöner. Wir machen einfach L, L, M, L, M, Tidy ist gleich L, M, Fit. Und wir nutzen das Package Brom und da die Funktion Tidy. Ja, ich sagte es gerade. Äh, muss immer so ein bisschen rumwuseln, bis man das hat. Hm? Und dann möchte ich noch, ne, mir stört das Intercept. Weil wenn ich das jetzt wiedergebe, ne, und das in Foo mache, dann habe ich ja über, äh, sehen Sie? Das ist immer so, man muss immer, deshalb ist immer eine Return immer toll, weil man sich dann selber auch zusammenreißen muss, ähm, was man da eigentlich macht. Da habe ich hier immer überall den blöden Intercept drin. Das stört mich. Und deshalb möchte ich Select Minus, oh Gott, geht das so? Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Weil da Klammern drin sind. Ei, ei, ei. Ja. Das funktioniert so nicht. Das heißt, wir machen Magritte Extract. Ich schreibe das immer so, weil meistens es, ähm, der Fall ist, dass Extract von irgendeiner anderen Funktion überschrieben ist. Und, ähm, also Extract, ähm, ist, äh, eine Kurzfunktion von Magritte für die eckigen Klammern. Und Extract 2 von den Doppelklammern. Und wenn ich das jetzt mit Magritte, Doppelpunkt, Doppelpunkt mache, dann bin ich mir sicher, dass ich die, äh, Extract-Funktion aus Magritte nehme. Ähm, weil, wenn Sie jetzt mehrere Pakete laden und dann später noch mehrere Pakete dazu laden, kann es sein, dass Ihnen Magritte, ähm, Extract überschrieben wird. Und dann weinen Sie, weil auf einmal Ihre Funktion nicht mehr funktioniert und Sie nicht wissen, hä, warum soll denn das? Und wenn Sie dann Extract eingeben, dann, ähm, Sie können ja immer hier Extract eingeben, äh, schön, so, äh, dann sehen Sie hier Primitive, ähm, dann, äh, sehen Sie, dass das eine Funktion ist für diese eckige Klammer. Ja, und ich glaube, wenn Sie Class-Extract machen, dann kriegen Sie die Funktion wieder, ähm, dann sind Sie sich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, Namespace müsste man gucken. Egal, wir vereiern uns. So, das heißt, das haben Sie gemacht, dann haben Sie das hier so schön voll und jetzt gibt es noch die Funktion, äh, es gibt nicht nur LLply, also Liste zu Listen, also geben Sie Liste zurück, sondern LLply, das Ganze auch zum Datensatz, ne, und dann sieht das schon sehr viel besser aus, ne, ähm, dann können wir das Ganze nochmal, das ist ja, ähm, äh, Stibble machen wir das Ganze nochmal, wir brauchen das als Stibble, ich kann das nicht. So, machen wir das noch als Stibble, ne, dann sehen wir das hier schon mal schöner, dann ist das schon mal sortiert, also, das ist ja, also, das ist ja, ich weiß gar nicht, wie er mit DataFrames arbeitet, welcher arme Wicht, und dann haben wir das hier als Stibble, und dann, äh, Estimates, Standard, IOS, Statistics, P-Value, und, äh, fertig ist es. Ähm, und dann haben Sie eine Inferenz-Tabelle, also eine Univariate, also Sie könnten dann sozusagen einfach eine Univariate-Tabelle machen, wie Sie es, äh, vorhin gelernt haben, und lassen diesen blöden P-Wert einfach weg, weil, äh, weil der braucht, der braucht kein Mensch, sondern Sie rechnen dann einfach hier Univariate, das mit der logistischen Regression, wie ich Ihnen das hier zeige, runter, ne, und das können Sie natürlich auch einfach, Sie können ja auch hier ein GLM reingeben, drücken Sie aber auf GLM, ähm, an der Stelle, und dann machen Sie kein LM, sondern GLM-Fit, und dann bauen Sie das da schön auf. Natürlich, weil Sie ja, es ist natürlich, ich brauche ja kein Mensch, ähm, äh, Sie entfernen natürlich, ähm, äh, dann, äh, Minus, äh, Statistik, ne, das braucht ja kein Mensch. Äh, äh, das will ja keiner. So, und dann haben Sie Estimates, Standard, Error, P-Value, naja, und dann könnte man natürlich, haben Sie recht, dann könnte man natürlich auch nochmal, weil wir ja ein Tiny sind, ne, dann kann man ja hier auch nochmal reingeben, äh, ich glaube, ConfInt, äh, ja, Conf.Int gleich True, perfekt, dann haben Sie Foo, haben Sie ja noch hier ConfInt, dann könnten Sie das noch theoretisch sortieren, Sie wissen, Sie können diese, einige haben bei Ihnen so schön ConfInt, haben Sie das auch noch zusammengeklebt, oder irgendwas anderes, und dann kann man das Ganze theoretisch natürlich nochmal an Cable schicken, ähm, äh, weil, äh, dann, äh, kriegen Sie das auch noch als HTML-Tabelle raus, und schön ist, wuh, das ist gut, und dann haben Sie auch eine saubere, univariate Tabelle, wo Sie eigentlich auch nur eine Population beschreiben, nur die Deskription haben, schön sauber, und dann machen Sie Cut und sagen, okay, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, ähm, mit einer Regressionsanalyse, und gehen jede, ähm, äh, äh, variable, univariate durch. Äh, ich gebe Ihnen recht, hier haben Sie natürlich schon so, das ist das, man müsste mal so ein bisschen dran rumfummeln, weil natürlich, ähm, wenn Sie mehrere Kategorien haben, dann ist das nicht ganz so schön, hier ist easy fit, ne, da haben Sie, Sie ja auch eigentlich drei Kategorien, also, ja, ich gebe Ihnen recht, es ist immer, ne, there is no free lunch, ähm, muss man mal gucken, aber das ist zum Beispiel jetzt eine Möglichkeit, um relativ zügig, auch mit Tidy, warum wir überhaupt Tidy in 1 gelernt haben, das relativ zügig aneinander flanschen können, ähm, mit, ähm, einer, äh, schönen Schleife. Und wenn wir natürlich soweit sind, nennen wir das nicht mehr Foo, sondern nennen das natürlich Lm Univariate Res Tümmel, so, weil das natürlich Ergebnis Tümmel ist, so. Fertig ist die Laube. Und dann haben wir das gerechnet. Und das Ganze kann man natürlich auch, äh, für GLM, logistische Regressionen, rechnen, ne. Also, es ist ja jetzt keine, keine Rocket Science, das ist jetzt nochmal Univariate, ne, das können Sie ja jetzt einfach, also, ne, Copy and Paste, ne, also, wir sind ja hier ganz weit vorne, ähm, und können das Ganze auch für GLM rechnen. Da müssen wir das erstmal natürlich umbenennen, weil das ist natürlich jetzt mal Lm, sondern GLM, 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 äh, GLM, GLM, ne, das ist das. Hier kommt GLM raus. Äh, dann haben wir natürlich hier noch Family gleich, äh, Binomial, weil wir eine logistische Regression, über ein Univariate logistische Regressionen rechnen. Dann machen wir hier natürlich Weight Bin. Ähm, unsere äh, 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 weil wir brauchen einen binären Endpunkt. Ah, Gott, das ist aber alles ein bisschen schnell, ich gebe Ihnen recht. Ne, also, hier, Weight Bin, ähm, ist unser binärer Endpunkt. Weight, Weight Bin. Und, äh, wir haben ja schon vorher aus unserem Risk weg, also unseren Risikovariablen, haben wir ja schon alles rausgeschmissen, was irgendwie Weight beinhaltet. Ne? Und, äh, und das ist also ganz schön. Und, ähm, dann dank dieser Reformulate Funktion nehmen wir wiederum jedes einzelne x, also jede dieser Variablen rein, ähm, 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 und setzen es zusammen. Die Formula ist ja gleich, die interessiert ja nicht weiter. Ne? Es ist ja, ist so, wie es ist. Und, äh, Data ist easy fit. Das ist jetzt unser Datensatz. Und dann, äh, rödeln wir das mal durch. Und, da sehen wir Y, äh, must be between 0 und 1. Da habe ich also irgendwo einen Fehler. Ja. Das ist natürlich wieder und dann, äh, Ja, das ist, äh, wenn wir jetzt nur as Factor machen, gucken wir erstmal, ob es funktioniert. Wir behalten uns das mal kurz, die Tatsache des Warn, das mal ganz kurz im Hinterkopf, dass das jetzt nicht gut ist. Ah, ja. Dann funktioniert das zwar, aber, ähm, erstmal gucken wir, ob das überhaupt funktioniert hat. Ja. Und dann müssen wir natürlich ConfInt erstmal hier noch, ähm, Exponent 8 machen. Wir erinnern sich, ne? Sie müssen, wenn Sie, äh, logistische Regressionen rechnen, ne? Link Scale, Response Scale müssen Sie dann exponieren, damit Sie wieder auf den Response Scale kommen. Und sonst kriegen Sie keine Odds Ratios raus. Und das sagt Ihnen dieses blöde Ding natürlich auch nicht. Ne? Sie kriegen ja hier nur wieder Estimate raus. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ihr Confidenzintervall, ne? In der Gorschen Linear Regression ist die Frage, ist die Null im Confidenzintervall oder nicht? Und bei der, ähm, logistischen Regression ist es die Eins. Bei der Odds Ratio ist eine Rate, ne? Ne? Wenn Sie zwei gleiche Raten haben, also oben 0,5 und 0,5 und Sie teilen das dann durcheinander, dann ist es Eins, also Gleichheit ist Eins. Und bei der Gorschen Linear Regression gucken Sie sich Mittelwertsdifferenzen an. Und da haben Sie natürlich, wenn Mittelwert 1 und Mittelwert 2 gleich ist, die ist Differenz 0. Aber ganz wichtig, dass Sie das im Hinterkopf behalten oder im Vorderkopf. Was ist denn eigentlich unser, warum habe ich jetzt gesagt, es ist ein Problem, was ich hier oben gemacht habe? Gucken wir uns das nochmal an. Weight Bin ist normal, 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 das ist ja jetzt alles nicht so weiter schlimm, aber wenn Sie das jetzt hier sich näher betrachten, dann gibt es noch die Variable Critical, also das Schlechte ist C. Und was passiert jetzt eigentlich, wenn ich das jetzt hier umforme? Naja, dann müsste dann, wenn wir das mal Easy Fit Table Weight Bin und dann Table machen, dann haben Sie Critical 28 nochmal 281 und das ist alphanumerisch problematisch, weil wenn wir jetzt eine logistische Regression rechnen, dann ist ja immer das Schlechte muss 1 sein und jetzt ist das Schlechte Normal. Also das gefällt mir nicht. Und deshalb müssen wir das nochmal umbauen und zwar hier nochmal Level Critical Normal, das möchte ich nicht, sondern ich muss Factor mal so und dann Levels gleich C Critical und Normal andersrum Normal und Critical Genau und nochmal gucken, dass das auch ja jetzt stimmt, warum nochmal? Sie erinnern sich, Sie können ein Orts Ratio nur interpretieren, wenn das schlechte 1 ist. Also das Risiko muss immer, also Sie können das immer nur zur 1 interpretieren. Wenn Sie das nicht drehen, dann funktioniert das nicht. Und hier haben Sie jetzt das Gewicht Critical Normal und wenn Sie das einfach nur als Faktor machen, dann wird das alphanumerisch aufgebaut. 1, 2, 0, 1 und deshalb müssen Sie es drehen und das machen Sie hier oben mit Weight Bin Levels Normal Critical Dadurch wird dann Normal 0 und Critical 1 Sonst ist das was Sie da drunter programmieren einfach nur Unsinn weil dann würden Sie sagen dann wäre Ihre ganze Interpretation von Oddsratio größer 1 Risiko und Oddsratio kleiner 1 protektiv vollkommen für die Tonne dann wäre das nämlich umgedreht und dann kriegen wir alle einen Knoten wenn Sie das umgedreht machen und deshalb müsste dann das hier wenn man das jetzt nochmal neu durchlaufen lässt Danke Progress sehen dann die Estimates auch wieder anders aus und Sie sehen zum Beispiel dass hier vieles protektiv ist gegen eine kritische Gewichtsabnahme das muss man dann schauen dass man das nicht durcheinander bringt so ganz wichtig so das war jetzt die Univariate Betrachtung des Ganzen und da machen wir jetzt mal gleich mit multiplen Sachen weiter